Herzlich Willkommen zur Nerf Dart Blaster Liga 2021. Wir sind mitten im zweiten Spieltag und haben Match 2 vor uns und ich kann euch sagen, es war spannend und es wird weiterhin spannend. Jetzt stehen sich gegenüber die Zweit- und Drittplatzierten, die momentan punktgleich sind. Beide haben drei Punkte. Beide wollen Team Biverfang so ordentlich an den Latz und wollen den natürlich auch ein bisschen so auf die Schliche kommen und den ersten Platz wegnehmen. Sie spielen jetzt gegeneinander und zwar Snakebite gegen Team V. Wir sind sehr gespannt, wie es wird. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, da werden die ein oder andere Sprüche gekloppt. Was davon gehalten werden kann, das werden wir gleich sehen. Guck mal, da kommen sie doch. Boah, da habt ihr aber ganz schön lange auf euch warten lassen. Jungs und Mädels. Wir mussten die Blaster already machen, sorry, Jan. Ganz schön aus der Brust hin, ne? Geht. Geht? Geht, wir sind Sportler. Wir sind jetzt ja gewohnt, ja. Okay, ich würde sagen, verlieren wir nicht noch mehr Zeit. Ja, können wir machen. Kopf oder Zahl? Ich nehme Kopf. Kopf? Okay. Und Zahl! Wir haben gewonnen, Jungs. Und ihr fangt natürlich an. Das schauen wir uns jetzt erstmal an und dann zeigen wir euch mal danach, wie das hier funktioniert. Das ist hier nämlich unser, wir haben Heimspül heute. Wir trainieren hier nämlich auch immer. Fertig war's? Ja. Die Münze ist geworfen. Snakebite wird jetzt anfangen. Checken davor noch mal die Blaster, ob auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich habe es euch versprochen, die Sprüche werden hier bei den beiden Teams gekloppt. Mal gucken, ob sie auch alles halten können, was sie hier versprechen. Okay. Ich habe übrigens dahinter ein Seilchen gespannt, ne? Müsste auch passen. Bereit? Auf die Plätze? Fertig? So und Alex, wie hat jetzt auch schon die Tröte gehauen und die hauen uns ja auch ordentlich durch die Schaumstoffwahn. Und da geht es auch schon los. Die sind vollkommen konzentriert und richtig bei der Sache. Und Flexit betätigt den Auslöser. Zack, schöne Pose und Selfie gemacht. Und jetzt geht es über die Sofas. Flexit macht das mit links. Der kann das richtig gut. Da geht der Puls gar nicht hoch. Und da wird direkt weitergegangen. Ah, der Alex, wie versucht die Leute hier so ein bisschen durcheinander zu bringen und aus dem Konzept zu bringen. Die Blaster werden ausgetauscht. Da wird so ein bisschen Zeit verloren. Wir haben jetzt noch 22 Sekunden Zeit. An der vierten Station sind sie. Die Anna fängt gerade schon an, die Becher einzusammeln. Flexit versucht noch seine Becher umzuhauen. Riccardo ist auch schon am Start. So und Taymatic ist hier an der letzten Station und ruft hier nach Flexit und will seine Hilfe haben. Es wird ordentlich eingesammelt. Und Alex, wie hat die Uhr? Genau im Blick und null Sekunden. Die Zeit ist vorbei. Und das sieht wieder nach extrem viel aus. Wir sind mal sehr gespannt, ob das vielleicht ein Rekord für den zweiten Spieltag jetzt ist. Und wir zählen gemeinsam nach. Boah, Mann. Bist du selber nicht zufrieden? Ne? Ne. Da liegen halt noch drei, ne? Ja. So, dann gucken wir einfach mal. Ja, weil ich hab hier auch viel zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achzehn, neunzehn, zwanzig. Ich bin fest, oder? Ja, okay. Irgendwie sah das gar nicht so gut aus, ne? Komisch. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist meine Nachricht, die du jetzt hier, ne? Machen wir, machen wir. Oh, 20 Becher, da ist Flexit gar nicht so zufrieden. Er hat gerade noch gesagt, da liegen ja noch drei Becher. Aber vielleicht gibt es mehr drin. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich hoffe, das reicht. Aber es ist der Rekord des zweiten Spieltages. Sie haben jetzt 20 gesammelt, haben ordentlich vorgelegt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Team V nicht nur gut Sprüche kloppen kann, sondern das Ganze auch halten kann und vielleicht sogar übertrumpfen, damit sie sich die Punkte mit nach Hause nehmen. Das sehen wir alles im nächsten Clip. Ihr dürft's nicht verpassen, deswegen Kanal abonnieren, Glocke klicken und mit dabei sein. Ich kann es kaum erwarten und hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.